Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Race ADAC GT Masters 2014 mit dem Rennen hier in Sandford, mit dem ersten Rennen hier im Samstag. Wir starten von Position 8. So, dann machen wir hier schon mal gleich die ersten Positionen aktuell noch gut. Ja, eine Position haben wir und verlieren sie gleich wieder, wegen dem Quersteher. Ach ja, Kinders. So, früh im Rennen, dann machen wir doch noch einen Neustart. Zwei Plätze gut gemacht. Was vor allem sitzen muss, ist nachher der Pflichtboxenstopp mit dem Fahrerwechsel. In Anführungsstrichen. So, innen durch an seinem Teamkollegen. Jetzt mussten wir aber auf Alessi etwas abreißen lassen. So話 auf. So theta So. So, am Kennersi Es geht in drei Minuten auf und vor lauter Gucken an das Boxen-Shop-Fenster aufgeht, verdammter Scheiße. Entschuldigung. Es liegt mir so daran, dass ich in diesen Wochenendem Volleyfangen an dieser Stelle so oft abgeflogen bin. Und jetzt, wo ich mal konservativ ein bisschen an die Sache mich rangebremst habe, gab ich darauf, wie viel Zeit noch ist, es ist nicht zu machen, es ist zum Heulen. So, Neustart. So, hier keine zwei Plätze gut gemacht. Schade eigentlich. Machen wir hier die nächsten Platz gut. Verdammte Scheiße. Verdammte Scheiße. Ah, ich wäre schneller und dann blockt der mich, wo es auch immer nur geht. Da war eine Berührung. So, Diego Alessi und unser Teamkollege Jens Klingmann sind die nächsten Kandidaten, die es zu überholen gilt. So, Diego Alessi und unser Teamkollege Jens Klingmann sind die nächsten Kandidaten, die es zu überholen gilt. So, Diego Alessi und unser Teamkollege Jens Klingmann sind die nächsten Kandidaten, die es zu überholen gilt. So, da gleich in der nächsten Kurve ist er fällig. Ich hoffe, dass wir an Jens Klingmann ebenso zügig vorbeikommen. Ich würde gerne mal ein Rennen hier auf dem Podium beenden. Nachdem wir in Oschersleben zwei mögliche Siege weggeschmissen haben und stattdessen gegen zweite Plätze ausgetauscht haben. Ach, zweite Plätze, siebte Plätze ausgetauscht haben. Okay. Okay. Welchen? Starrt? uloge! Warte! 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 So, Team interner Platztausch. Bei lauter Boxenstopp einstellen, habe ich natürlich hier... ...den Streckenabschnitt ein bisschen versaut. Hier hat sie viel gebremst. Aktuell ist noch der ehemalige Race of Champions Gewinner und DTM-Fahrer Raima Al-Qasari vor uns. Ja, Quatsch, Al-Qasari ist ja vom Land gefahren, vergiss das. Ähm... Albuquerque war der... Die beiden verwechsel ich immer. Und da? Ja... 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 So, Boxenstopp mit Fahrerwechsel ist jetzt angesagt. Und da kommt Maxi Götz rein. Das Problem ist ja auch, dass der Boxenstopp bis zum Boxenausgang 60 Sekunden bedauern muss. Willst du keine Zeit verschenken, muss also der Team Renningenieur dich zum richtigen Zeitpunkt losschicken. Auf der anderen Seite muss er aber auch nicht zu viel Zeit verschenken. So, jetzt hat Götz mit Maximilian Bug den Platz getauscht. Und Kalbitz zieht vorbei und dann starten wir schon auf die Strecke. Also kann man sagen, wir haben auf den eben noch Zweitplatzierten vielleicht ein bisschen Zeit gut gemacht. Auf jeden Fall keine Zeit verloren. Das ist das, was am meisten wert ist. Wir haben uns einen Pflichtboxenstopp damit erfüllt. Daniel Kalbitz müssen wir jetzt einholen und überholen. Nein, 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 nein. Das hat zwar jetzt Zeit gekostet, aber immerhin nicht rausgerutscht. Fernkampf mit Al-Basari. Und wir sind Dritter. Das heißt, jeder Platz nach vorne. Aber Kalbitz zieht mir hier weg, das ist das Problem. Das ist das Problem. Und wie er mir jetzt hier wegzieht, das gibt es doch gar nicht. Und wir sind wieder weg. Wo ist denn hier? Wir sind extrem, Ballベ�üims. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, let's go! Jetzt haben wir es verkalkt Der anderen Seite, wenn die beiden sich jetzt gegenseitig richtig einbremsen, Kevin van der Linde und Kalwitz kommen mir vielleicht noch einmal ran. Ich habe das gute Gefühl, dass wir nämlich noch eine zusätzliche Runde schaffen. Also, dass die nächste nicht die letzte, sondern die vorletzte ist. Ich habe noch Hoffnung auf den zweiten Platz. Da bin ich ganz ehrlich. Und die beiden nämlich gleich am Kämpfen sind und mich nicht bemerken. Hm? Hm? Okay, ich gebe jetzt doch die Hoffnung auf, offiziell. So, jetzt kommt gleich offiziell die letzte Runde. Nein! So, da haben wir es weggeschmissen. Beziehungsweise da haben wir es jetzt weggeschmissen. Okay, dritter Platz ist aber immer noch nach dem siebten Platz in Oschersleben. Ein gutes Resultat, was mir zeigt, mit ein bisschen mehr Mut im Quali-Verein. Mit ein bisschen mehr Mut im Quali-Verein hätten wir vielleicht dieses Rennen sogar können gewinnen. Auf der anderen Seite, was gibt es zu beschweren, wenn wir jetzt tatsächlich hier gleich als dritter über die Ziellinie gehen. Dann haben wir viel erreicht. Und Startplatz 8 aus. So, da haben wir es. Kevin van der Linde und René Rast gewinnen natürlich das Rennen, bauen damit auf jeden Fall jetzt schon mal ihren Vorsprung der Meisterschaft aus. Aber auch Kalwitz und Wirt sind gut ans Wochenende gestartet. Aber wir stehen auf dem Podium. Und damit so sieht es jetzt in der Gesamtwertung aus. Damit sind wir zumindest mal auf Position 7 hochgerutscht. Wenn wir auch jetzt mit 25 Punkten, wow, jetzt schon richtig Abstand haben. 43 Punkte Vorsprung auf die Führenden. Also ich denke, wenn wir dieses Jahr um die Titel wollen mitsprechen, dann haben wir ein Problem. Bug, Götz sind stattdessen jetzt wirklich einholbar. Ähnlich sieht es in der Teamwertung aus, auch wenn wir da jetzt Position 5 liegen. Prosperia Christian Up Racing allein mit so vielen Fahrzeugen am Start. Was sollen wir da ausrichten? Bei den Herstellern hingegen könnten wir ein bisschen mehr ausrichten. Aber es sind zu viele Mercedes und Audi und Corvette am Start. Da sind wir auch auf verlorenen Posten. Also würde ich sagen, sehen wir uns morgen zum nächsten Rennen. Wenn es dann wieder heißt Let's Race ADAC-G-Thema ist das 2014. Und ich schätze, wir sehen uns dann um 16 Uhr mit dem nächsten Rennen. Weil morgen um 15 und 17 Uhr die beiden Läufe der WTCC in Ungarn stattfinden. Macht's also gut. Bis dahin, euer Replika 666. niemals. x x x x Vielen Dank.